Zunächst mal ist ein Kellerautomat sowas wie ein endlicher Automat. Wir haben also Zustände und wir haben ein Alphabet. Zustände, Alphabet. Wir haben Startzustände, wir haben akzeptierende Zustände. Das sind Sachen, die wir beibehalten, wobei bei den akzeptierenden Zuständen mache ich mal so eine Kringellinie hin. Da müssen wir nochmal drüber reden, was genau akzeptieren bedeuten soll, wie wir das machen. Es kommen aber neue Dinge hinzu. Also neu ist bei den Kellerautomaten, dass wir einen Stack haben. Und neu ist insbesondere die Frage, wie kommen wir von einem Zustand zum anderen. Und ich will gleich noch eine andere Sache einführen bei dem Stack. Hier schreibe ich mal hin. Ich hatte ja in unseren Beispielen geschrieben, der Stack ist am Anfang leer. Es stellt sich raus, dass es einfach praktisch ist. Das werden Sie selbst sehen, wenn Sie mal so kleine Kellerautomatenprogramme schreiben. Wenn der Stack am Anfang nicht leer ist, sondern wenn da ein ganz bestimmtes Zeichen draufliegt, dass wir ausschließlich für diesen Zweck reserviert haben. Also Sie stellen sich das so vor, dass der Stack am Anfang eben nicht leer ist, sondern wir haben da ein bestimmtes Zeichen hingelegt. Zum Beispiel heißt das Ding Z. Und wir einigen uns darauf, dass am Anfang immer das Z da liegt. Und das bedeutet, das ist der Boden des Stacks. Das kann man ganz gut benutzen als Markierung. Das muss man nicht so machen. Und ich habe das sowieso auch irgendwo in der Fußnote, glaube ich, geschrieben, dass es verschiedene Varianten von Kellerautomaten in der Literatur gibt. Jeder Autor macht das ein bisschen anders. Aber die Grundidee ist immer dieselbe. Sie haben einen endlichen Automaten und haben dazu einen Stack. Und dieser Stack arbeitet mit an dem Durchlauf durch den Automaten. Das ist eigentlich immer gleich. Wo die Autoren sich nicht so ganz einig sind, sind so Fragen wie, ist im Stack am Anfang was drin zum Beispiel? Oder wann hört der Automat überhaupt auf? Und solche Sachen. Da müssen wir uns auf eine bestimmte Sache einigen. Beziehungsweise ich habe mich auf irgendwas geeinigt und drücke Ihnen das einfach auf. Also ich schreibe hier mal hin, am Anfang ein spezielles Zeichen. Und zwar das hier. So, jetzt aber die entscheidende Frage. Wie komme ich von einem Zustand zum anderen? Und ich will Ihnen dazu auch gleich die Schreibweise sagen, die wir dann nehmen werden. Sie haben ihn schon gesehen, bei dem kompliziertesten Übergang in diesem Stack-Automaten sind im Prinzip drei Dinge passiert. Das erste ist, es gab eine Bedingung. Wir haben also auf den Stack geguckt und haben geschaut, was ist da drauf. Und nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn auf dem Stack das drauf war, was wir erhofft hatten, haben wir diesen Schritt überhaupt ausgeführt. Das war der erste Teil. Der zweite Teil war, wir haben, wie das bei Automaten üblich ist, ein Zeichen konsumiert. Und der dritte Teil war, dass wir danach was mit dem Stack gemacht haben. Also wir haben was auf den Stack raufgepackt oder im ersten Beispiel haben wir auch was vom Stack runtergenommen. Das schreibt man in so einem Übergangsdiagramm in drei Teilen. Sie schreiben hier hin, ich mache hier mal so Leerstellen hin. Man schreibt da drei Dinge rüber und dann trennt man das irgendwie. Ich mache das mal so, wie J-Flap das machen würde. Da macht J-Flap ein Komma und ein Semikolon dazwischen. Die Bedeutung dieser drei Stücke ist die folgende. Das erste Ding hier sind die Zeichen, die gelesen werden. Zeichen, die gelesen werden. Die gelesen werden. Beachten Sie das Wort die. Also das ist nicht das Zeichen, das gelesen wird, sondern es sind die Zeichen, die gelesen werden. Wir machen uns das Leben gleich leichter und erlauben, dass ein Kellerautomat mehrere Zeichen auf einmal schlucken kann. Schauen wir uns gleich mal an, wie sowas aussieht. Als zweites, hier, in dem mittleren Teil, steht der Stack-Anfang, der momentane Stack-Anfang. Oder ich schreibe mal hin, der Stack-Anfang vor dem Übergang. Also mit anderen Worten, Sie schreiben hier ein paar Zeichen hin. Das können auch mehrere sein. Also da schreibe ich auch mal in Klammern eventuell mehrere Zeichen. Und das ist so zu verstehen, dass Sie sagen, dieser Schritt wird nur ausgeführt, wenn auf dem Stack die obersten Zeichen genau die sind, die ich hier hingeschrieben habe. Da können Sie eins hinschreiben oder drei oder sieben, aber eine endliche Anzahl von Zeichen. Also das vor dem Semikolon ist die Bedingung dafür, dass dieser Pfeilweg überhaupt gegangen werden darf. Auf dem Stack muss das hier sein und dieses Zeichen wird gelesen. Und dann steht dahinter, hinter dem Semikolon, das ist das letzte, da steht dann der Stack-Anfang nach dem Übergang. Stack-Anfang nach dem Übergang. Und das sollten wir uns jetzt vielleicht gleich mal an einigen Beispielen anschauen. Schreiben Sie es erstmal ab. Also so ein Übergang würde immer aussehen von der Form her, Zeichen, die gelesen werden, ein oder mehrere. Stack-Anfang, das was da sein muss und Stack-Ende, das was dann danach da ist. Und diese beiden Sachen, Stack-Anfang und Stack-Ende, die gehören zusammen. Das sollte ich vielleicht auch noch dazu schreiben. Die müssen Sie zusammen lesen. Das bedeutet nämlich, der blaue Teil wird durch den grünen Teil ersetzt. Also das schreibe ich nochmal dazu. Der blaue wird durch den grünen Teil ersetzt. Wir gucken uns mal ein paar Beispiele an, wie das gemeint sein könnte. Der allererste Automat, der hier, der hatte einen Übergang, da stand eine Nullschlucken und auf den Zähler, also hier steht, ist ja auch die Rede von Zähler, eine Nullschlucken und Zähler eins hochzählen. Aber wir hatten ja gesagt, das können wir auch mit einem Stack machen. Also hier müsste jetzt im Prinzip stehen, eine Nullschlucken und dann irgendein Zeichen auf den Stack packen. Ich nehme jetzt mal extra ein anderes Zeichen. Sagen wir mal, wir packen zum Beispiel ein X auf den Stack. Also jedes Mal, wenn wir eine Null lesen, packen wir ein X auf den Stack. Und natürlich ist es bei diesem speziellen Übergang egal, was vorher auf dem Stack drauf war. Also der Bedingungsteil ist hier relativ einfach. Eine Null wird gelesen. Es ist egal, was auf dem Stack drauf ist. Und das wird dann ersetzt durch ein X, was wir raufpacken. Das würden wir folgendermaßen schreiben. Das sind diese drei Bestandteile des Übergangs. Null bedeutet, das ist das, was gelesen wird von dem Wort, der Buchstabe Null. Epsilon ist das, was wir auf dem Stack sehen wollen. Das ist immer drauf. Also das bedeutet, die ersten Nullzeichen des Stacks, von oben her gesehen, müssen das leere Wort sein. Und die ersten Nullzeichen sind immer das leere Wort. Also kein Problem. Und das hier bedeutet, nachdem wir das gemacht haben, wird das Epsilon ersetzt durch X. Also Epsilon ersetzen heißt, es wird was hinzugefügt. Wir schreiben ein X drauf. Das ist der Übergang, der eine Null liest und ein X auf den Stack packt. Und der komplementäre Vorgang war der folgende. Wir hatten gesagt, wenn wir eine 1 lesen, dann wollen wir ein X wieder runternehmen. Ich schreibe es erst mal hin und dann sage ich, was das bedeutet. Semikolon, Epsilon. Also das erste ist klar, eine 1 wird gelesen. Hier steht aber nur, dieser 1 wird nur dann gelesen, wenn das oberste Zeichen auf dem Stack ein X ist. Nur dann wird die 1 gelesen. Und das hier hinten bedeutet, das X, was oben auf dem Stack ist, wird ersetzt durch das leere Wort. Es wird also nachher definitiv eine X weniger auf dem Stack gewesen sein. Also hier an diesem Übergang können Sie zwei Dinge lesen. Der Schritt wird nicht immer ausgeführt, sondern nur unter bestimmten Bedingungen, wenn wir das X hier haben. Und zweitens, das X wird weggenommen. So, und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie der letzte Schritt in diesem Automaten aussieht. Wie komme ich zu dem, hier, zu dem akzeptierenden Zustand. Und da steht, wenn der Zähler wieder Null ist, beziehungsweise wenn wir das mit dem Stack machen, wenn der Stack wieder leer ist. Und da sehen Sie jetzt, dass es ganz gut ist, wenn Sie auf dem Stack ein bestimmtes Markierungszeichen haben. Jetzt können Sie nämlich sagen, wenn ich auf den Stack gucke und das oberste Zeichen Z ist, also unser Startzeichen, was am Anfang garantiert auf dem Stack drauf liegt, dann weiß ich, dass ich fertig bin. Ich habe die ganze Zeit Xe raufgelegt, Xe wieder runtergenommen und wenn ich jetzt wieder am Boden des Stacks angelangt bin, dann muss das Zeichen, was ich sehe, ein Z sein, weil ich das ja nicht geändert habe. Also der letzte Übergang, der uns für diese Maschine noch fehlt, wäre, wenn ich auf dem Boden des Stacks ein Z sehe, dann lasse ich das einfach da liegen und gehe über zum Endzustand. Einziger Haken an der Sache ist noch, was soll ich denn dann lesen? An der Stelle würden wir Epsilon lesen, da Sie entsinnen sich. Ich habe hier extra gesagt, Zeichen, die gelesen werden. Also hier kann in dem roten Bereich nicht nur irgendein Zeichen stehen, wie bei Automaten, da ist ja das Epsilon verboten, sondern da kann auch ein Wort stehen und darum kann ich jetzt hier einfach Epsilon hinschreiben. Der letzte Schritt in diesem Automaten bedeutet also einfach, egal was ich lese, es wird ignoriert. Also mit anderen Worten, ich lese gar nichts. Wenn da ein Z ist, lasse ich es einfach liegen und darf hier hingehen. Doch, ein Epsilon liegt immer drauf. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie einen Stack haben, der so aussieht, und da liegen zum Beispiel die Zeichen drauf, sagen wir mal A, A, B, A. Achso, und unten muss natürlich, das habe ich jetzt falsch gemacht, ganz unten muss das Z liegen. Dann lesen Sie diesen Stack eigentlich, wenn Sie das von oben lesen, können Sie sagen, der Stack sieht so aus. A, B, A, A, Z. Sie können den Stack also als ein Wort betrachten. Und jetzt können Sie natürlich für dieses Wort, A, B, A, A, Z, können Sie auch schreiben, Epsilon, A, Epsilon, B, Epsilon, A, Epsilon, A, Epsilon, Z. Das ist dasselbe Wort. Sie können da so viele Epsilons dazwischen schreiben, wie Sie wollen. Das heißt, wenn Ihr Stack so aussieht wie hier, dann bedeutet das dasselbe, wie der Stack fängt mit Epsilon an, weil das Epsilon immer da ist. Sie können hier auch zwei Epsilons dazwischen schreiben, wenn Sie wollen, das Ende hat ja nichts. Also das Epsilon können Sie, das ist so ein Universal-Trick, den können Sie immer verwenden. Dass der Stack mit Epsilon anfängt, heißt, es interessiert mich nicht, womit der Stack anfängt. Das bedeutet das. Ja, jetzt muss ich nur aus diesem ganzen Ding vielleicht nochmal einen Gesamtautomaten zusammenbauen. Das hätte ich eben auch gleich cleverer machen können, aber... Schade ja nichts, wir hatten den ja schon hingemalt. Also hier haben wir gesagt, hier wäre der Übergang von da oben 0, Epsilon, X. Und hier war der Übergang mit der 1. Hier geht das weiter, dasselbe nochmal mit der 1. Und zum Schluss haben wir dann hier diesen Übergang Epsilon, Z, Z. So, das wäre der Automat für die Sprache 0 hoch N, äh, 1 hoch N, N aus N plus. Allerdings sind hier, müssten eigentlich von Ihnen noch zwei Fragen kommen zu diesem Automaten, wenn Sie sich den mal anschauen. Also der ist irgendwie noch nicht ganz vollständig, beziehungsweise da könnte man jedenfalls berechtigterweise, denke ich, Fragen stellen zu dem Automaten, ja? Zum Beispiel beim zweiten Zustand, was passiert bei einer Null? Genau. Die Frage war, was passiert beim zweiten Zustand bei einer Null? Wir werden Kellerautomaten ein bisschen anders zeichnen als endliche Automaten, weil das sonst einfach zu unübersichtlich wird. Die sind sowieso komplizierter. Wir schreiben hier nur die Pfeile hin, die wirklich zur Akzeptanz führen können. Also alles andere, was nicht da ist, sind dann einfach Übergänge, die einfach nicht stattfinden. Also zum Beispiel hier, weil hier kein Nullpfeil von weg geht, heißt das, wenn ich in diesem Zustand bin und eine Null kommt, dann ist es vorbei. Das ist dann sowas wie ein Fehlerzustand. Das macht es uns leichter, die Automaten zu zeichnen, weil wir diese ganzen Fehlerfälle weglassen. Wir schreiben nur die interessanten Übergänge hin sozusagen. Das ist die erste Sache. Vielleicht könnte Ihnen noch was auffallen? Also an diesem nicht unbedingt direkt, aber man könnte zumindest sich so eine Frage stellen. Muss jetzt nicht sein, aber... Vielleicht warten wir... Ja, sagen Sie. Gibt es da auch so eine Habab, dass man dann nicht die terministische Automaten haben könnte? Genau, darauf wollte ich hinaus. Man kann es an diesem eigentlich noch nicht ganz richtig sehen, aber man ahnt es schon, weil hier ein Epsilon auftaucht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Könnte das bedeuten, dass der Automat irgendwann mal die Wahl hat. Dass er sich entscheiden kann, gehe ich jetzt diesen Weg hier und warte, ob vielleicht noch eine Eins kommt oder hüpfe ich hier schon mal rüber. Dieser Automat ist trotzdem im gewissen Sinne deterministisch. Wir werden aber uns gleich anschauen, dass im Prinzip alle Kellerautomaten, die uns interessieren, sowieso von vornherein nicht deterministisch sind. Wir werden also in diesem Kapitel den Unterschied gar nicht machen. Aber die Frage war auf jeden Fall sehr gut, weil man sich das...